Seit ich ein kleiner Junge war, wollte ich aufs Meer hinaus. Ich will zur See fahren, um meinen Traum zu verwirklichen. Ich werde der König der Piraten. Dazu brauche ich nur eine tapfere Crew. Ich finde... ...dass wir ein ziemlich gutes Team wären. Wir nehmen Kurs auf die Grand Line. Ein tückischer Ozeanabschnitt mit mächtigeren Inseln und mächtigeren Piraten. Sei vorsichtig damit. Ich arbeite nicht für dich. Ich spüre da ein wenig Spannung innerhalb meiner Crew. Wir sind keine Crew. Wir sind noch nicht so lange zusammen unterwegs. Aber wir stehen füreinander ein. Und GOM GOM! Histone! Alle großen Kämpfer haben Namen für ihre Kampftechniken. Haben sie nicht. drei Euro ohne Clay-Ulangen-***o like! Männer, vielen eins. Oh ja... Ich will sie nicht auch zusammenRemel! Ich will! Ich will sie deinen Kopf. und liegen zu哦. Vielleicht sieht dieSon...